Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, nämlich die Splatoon 2 Octo Expansion. Ja, es ist ja schon länger bekannt, dass Splatoon 2 einen kostenpflichtigen DLC spendiert bekommt, nämlich eben die Octo Expansion. Und die sollte nach Aussagen von Nintendo im Sommer 2018 erscheinen, ist ja auch recht dehnbar. Ich persönlich habe eigentlich mit Juli, August gerechnet, doch Nintendo hat dann ganz spontan verkündet, dass das Spiel schon heute am 14.06.2018 erscheint. Beziehungsweise nicht das Spiel, sondern die Erweiterung eher. Und ich habe beschlossen, dieses Projekt schon im Titelbildschirm von Splatoon 2 zu starten, weil es sein kann, dass die beiden Moderatorinnen, dass Tentacool noch was dazu zu sagen hat. Wir werden sehen. Vielleicht erfahren wir schon was. Hey ihr Lieben, da sind wir wieder. Zeit, was los ist aus dem Kopulis. Direkt vor Ort am dem Kopulisplatz. Es gibt ein Update. Oh, ich liebe Updates. Ja, das sind aber nur Verbesserungen unter der Haube, die kennt man schon. Nö, haben sie nicht. Okay, ich dachte, dass irgendwie vielleicht hier schon was gesagt wird, aber nein, dem ist nicht so. Wir haben nur die Arenen für die verschiedenen Modi im Mehrspielermodus. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und da ist doch noch was. Dass alle coolen Kits in der Stadt tragen, diese seltsamen gewählten Haare. Oh? Äh, ja, das stimmt. Es ist nur eine Frage Zeit, wie diese Frisuren das nächste groß dringend werden. Ach so, irgendwo habe ich diese gewählten Haare schon mal gesehen. No, wo? Äh, äh, laut Regie haben wir leider keine Zeit mehr, diesem Trend nachzugehen. Gut, dann danke fürs Zusehen und haltet Ausschau nach neuen Trends. Wann kommt hier die nächste Ausgabe der Stilrubrik Perla? Äh, so gut wie jetzt wird es nie wieder. Also belassen wir uns wohl dabei. Aha, das ist ja hochinteressant. Perla wollte irgendwie darauf hinaus, dass natürlich auch Marina eigentlich ja zu den Ochtolingen gehört. Interessant. So, das war's dann auch wieder. Und denkt daran, ihr seid cool und wir nicht. Also bis zum nächsten Mal. Okay, also wir haben schon gehört, es gibt jetzt einen neuen Trend. Und zwar laufen die coolen Kids von heute mit gewählten Haaren rum. Da sehen wir schon ein paar von dieser Sorte. Warte mal, war da unten nicht was? Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Am besten tust du so, als hättest du nichts gehört. Okay, dann laufen wir doch mal zielstrebig gern Ärger, würde ich mal sagen. Und zwar hier lang. Aha. Ich könnte doch schwören, dass das alles hier neu ist. Lauschen wir mal. Möchtest du eine Geschichte beginnen, die aus den Tiefen des Untergrunds heilt? Aber so war es von hier. Ich muss sagen, ich bin wirklich schon sehr gespannt. Fahles Mondlicht auf dem Meeresboden. Ein Oktopus, nicht der Gefahr gewahr, ruht in einer Falle, träumend. Hey, du Oktoling. Jetzt wachst du auf, du Oktoling-Schlafmütze. Aha. Bist du endlich wach? Dann kann der Kampf weitergehen. Greif dir deine Waffe. Das würde ich zumindest sagen, wenn du deine Waffe nicht verloren hättest. Du Dussel. Die Jugend von heute, so unzuverlässig. Wo sind wir eigentlich hier? Du hast im Oktodistrikt mit Nummer 3 gekämpft, als jemand euch beide angegriffen hat. Tja, jetzt sind wir nun mal hier. Wie wäre es mit einem Waffenstillstand? Wir sollten zusammenarbeiten, um hier rauszukommen. Ei, aber zuerst. Zuerst sollte ich mich mal vorstellen. Ich bin Käpt'n Kuddelfisch, Kommandant der neuen Aquamarine. Mit wem habe ich die Ehre? Nicht sehr gesprächig, was? Moment mal. Hast du dein Gedächtnis verloren, als du gestürzt bist? Kannst du dich an etwas erinnern? Irgendwas? Was du gestern gegessen hast? Äh, letztes Weihnachtsgeschenk? Äh, Familienname der Mutter? Hm, nix. Okay. Okay. Es beginnt wieder mit einer Geschlechterauswahl. Das sieht ja cool aus, muss ich sagen. Okay, wir werden irgendwie rangezüchtet gerade oder irgendwie sowas. Äh, ich, ähm, habe mir auch Gedanken gemacht, was ich spielen möchte. Und ich werde den Jungen wählen. Viele haben ja gesagt, dass die jungen Frisuren alle so furchtbar sind. Aber muss ich sagen, nee, das sehe ich ganz anders. Ich finde für beide Geschlechter die Frisuren cool. Und ich spiele einen Jungen. Genau. Aber ich finde, das sieht sehr cool aus, alles. Erinnere dich an deine Hautfarbe. Oh, du meine Güte, da leuchte ich ja fast schon. Hm, ich denke, meinen Teint trifft... Ah, das sind die... Ja. Nee, an den Armen vielleicht. Das passt schon ganz gut hier so. Jetzt deine Haare. Oh, wir haben nur zwei Frisuren zur Auswahl. Hm. Nee, Afro nicht. Nehmen wir das. Süß mit dem Tentakelchen. Ach ja, schön. Nehmen wir das. Aber dass man nur zwei hat. Hm. Und an deine Augenfarbe. Äh, dann nehmen wir doch mal... Was nehmen wir denn mal? Äh... Die sind alle nicht so das Wahre irgendwie. Das ist so ein bisschen exorzitsamustemäßig. Nee, die anderen sind so gewöhnlich. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Nee, das ist... Nee. Ich will natürlich auch nicht so lange jetzt bei der Augenfarbe hängen bleiben. Nee, es tut mir leid. Aber ich... Ja, man kann es wahrscheinlich sowieso noch ändern. Ich nehme jetzt einfach mal... Das... Das da. So siehst du also aus? Ja, so ungefähr. Sagen wir mal. Ach ja. Als du dich ganz bei dir warst, hast du ein Lied des Caeserians gesummt. Kann das sein? Hat der Groove des Caeserians etwa deine Seele zum Klingen gebracht? Hm. Hm? Also du bist echt nicht so gesprächig, oder? Dann schweigen deutlich, als er beherzt das. Ei, ei, Käpt'n. Vor zwei Jahren hat Nummer drei gegen Little Octario gekämpft. Und die Musik des Caeserians... Ah, zwei Jahre ist das alles mittlerweile also her. Sie soll dann bei den Herzen mancher Octorianer berührt haben. Und du gehörst wohl dazu. Es tut mir auf alle Fälle leid, dass ich Nummer drei auf dich gehetzt habe. Ein Fan des Caeserians kann mein Feind sein, Regel Nummer eins im Leben. Wenn du soweit bist, folge mir. Ich brauche deine Hilfe, um den Weg hier rauszufinden. Und meine alten Lüdenknochen machen das nicht über lange mit. Also dann, suchen wir einen Ausgang. Alles klärchen. Okay, so sehen wir nun aus. Oh. Bauch frei fast. Im Fashion-Leder-Look. Okay. Latex-Leder-Glanz-Look. Okay. Kann man machen. Ähm, ja. Und da sind wir nun. Ja. Es ist ja schon bekannt, dass wir uns... ...in einer U-Bahn-Station befinden. Hm. Okay, hier ist es dicht. Da ist es nicht dicht. Hm. Kudelfisch, der chillt ja noch so ein bisschen. Das ist alles sehr rätselhaft. Also... Die Musik des Caeserians hat manche Octorianer berührt. Und sie sind auf die... ...helle Seite der Macht sozusagen. Auf die gute Seite übergetreten. Zumindest habe ich das so gedeutet, was uns erzählt wurde. Das ist hochinteressant. Man hat sich ja auch gefragt, warum Marina eigentlich ein Octoring ist. Und trotzdem, ja. Zu einem guten gehört. Jetzt wissen wir es also. Weil auch sie zu diesem guten Octorianern gehört. Hm. Nur irgendwie fand ich das komisch. Warum sind wir in so einem... ...weiß ich nicht. Fruchtwasser irgendwie aufgewacht. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wie das jetzt alles so zusammenpasst. Aber gut. Wir steigen einfach mal, ja, in die U-Bahn ein, ne? Gucken, was da so ist. Mhm. Hier ist es auch verbarrikadiert. Ja, ähm... ...weiß ich nicht. ICE 666 nach Inkopolis. Ostbahnhof. Oder so. Mhm. Ein bisschen leer. Ein bisschen ramponiert irgendwie. Hallo. Und da sehen wir auch... ...meine Octoring-Form. Joa, was soll man sagen? Sieht gut aus, muss ich sagen. Sieht gut aus. Also ich bin zufrieden mit dem Look. Ähm... Ja, es ist halt so Kral geschoren. Und dann halt Haare oben nur. Wie es auch im Real Life... ...viele... ...Leute tragen. Also mir gefällt es, muss ich sagen. Die andere Frage ist... ...haben wir da eine Fußfessel an? Oder ist das irgendwie so ein... Weiß man ja nicht. Oder vertraut uns, der Kuttelfischt... ...und nicht so ganz. Ne, das ist irgendwie so ein... Wie heißen die Dinger? Die man sich an den Arm schlägt oder sowas. Hier ist Tinte auf jeden Fall. Unsere. Tinte. Okay. Da irgendwie... Da endet so prompt die U-Bahn. Achso, die... Ah, verstehe. Das ist so das Ende. Wollen wir mal in den Tunnel reingehen? Reinschwimmen? Aber ich muss sagen, es macht einen super tollen Eindruck. Ich bin schon sehr gespannt. Normalerweise sollte man ja eher nicht so im U-Bahn-Tunnel rumlaufen. Aber ne. Wir machen das einfach mal. Oh, sieht das alles cool aus. Ich bin ja mega geflasht. Was ist das hier für ein Ort? Aber hilft alles nichts. Es geht nur nach vorn. Das ist ja cool. Ein Container der Octorianer. Für den brauchst du einen Schlüssel. Du bist doch ein Octorianer. Du musst dich doch an diesen Ort erinnern. Ne. Sag mir nix. Ich komme über diesen... Ne. Dein Artex-Ranzug mich hinweg. Aber ist okay. Ne. Okay. Gut. Hm. Was haben wir hier? Wir haben... Ich kann es leider nicht aktivieren. Oder... Ne. Leider nicht. Ich kann leider die Skateschiene noch nicht aktivieren. Was ist denn, wenn ich hier drauf trete? Ah. Dann aktiviert die sich. Verstehe. Und sonst hier oben haben wir nix. Hm. Alles höchst interessant. Ich spreng mit Hilfe von ZL auf das Sepiadukt und schwimmen auf die andere Seite. Das könnten wir gleich mal machen. Nein. So, hier. Okay. Hm. Interessant. Was ist das? Junior-Kleckser und Klecksbombe. Okay. Eine Ausrüstungskabine. Oder sowas. In die Richtung. Haben wir gefunden. Okay. Und es geht gleich los. Oho. Du hast in dieser Kabine eine Waffe bekommen. Hm. Wir werden gleich ins Geschehen geschmissen. Auf jeden Fall. Aber ich... Ich finde es gut. Es ist alles so ein bisschen... Ankommen. Reinkommen. Aber gleichzeitig auch schon. Und es geht wirklich los, glaube ich. Das finde ich sehr gut. Du scheinst der einzige Octorianer weit und breit zu sein. Vielleicht ist hier sonst keiner. Bitte, Monsai. Wir brauchen diesen Schlüssel. Hm. Da war nix drin. Ich habe ihn eigentlich hier drin vermutet. So. Da sehen wir die... Kugelfische. Die wir ja auch schon kennen. Und lieben. Eigentlich. In der Regel. So. Da oben haben wir solche komischen asiatischen Ballons. Das ist frisch vom China-Lokal. Warte mal. Da komme ich nicht ran. So ein Verbrechen aber auch. Warte mal. Die Musik ist cool. So ein bisschen, weißt du, so... Mysteriös. Du weißt die so 100% was los ist. Was abgeht. So. Das sind Überreste. Okay. Hm. Ich will hier alles natürlich gut angucken. Vielleicht findet man hier ja schon was. Aber ich glaube... Ich weiß gar nicht. Ich habe mich nicht informiert. Extra nicht. Ob es hier Sammelgegenstände überhaupt gibt. Wieder. Wie wir es kennen. Irgendwie Anjobium und Schriftrollen. Oder nur eins von beidem. Oder was ganz Neues. Oder drei Schriftrollen. Ein Anjobium. Kann alles sein. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt und furchtbar gehypt. Was haben wir hier? Was ist das denn? Hm. Wurde etwa der Überlichtschlüssel aus Pikmin 3 gefunden? Nein. Okay. Ein seltsames Ding. Was haben wir hier? Nicht definierbar, was das heißt. Ach, guck mal doch. Blutkonserven irgendwie? Infusionen? Das ist ja alles hochinteressant. Und Pflanzen hier? Ja, ja. Es ist ja eine verlassene Forschungseinrichtung. Beziehungsweise es war eine U-Bahn-Station, die dann Forschungseinrichtung wurde und jetzt das hier ist. So, hier kann ich zum Beispiel... Ich will alles kaputt machen, weil ich natürlich wissen will, was hier so abgeht alles. Warum ist da eigentlich eine Hüpfmatratze? Ach so. Wahrscheinlich, damit ich da rankomme oder nicht. Warte mal. Oder nicht? Warte. Ich glaube, wenn ich mich gut anstelle... Nee. Kann ich denn den Ballon zerstören? Das ist gerade ein bisschen frustrierend alles. Warte mal. Hm. So, gehen wir erstmal in die Fontäne rein. Aha. Die sieht doch auch verdächtig aus. Tatsächlich, der Schlüssel. Der Schlüssel. Geht zurück und macht den Container auf. Ja, ja, ja. Keine Sorge. Alles hat seine Zeit. Das Öffnen von Containern hat seine Zeit. Und der Suche nach anderen Geheimnissen hat seine Zeit. Und die ist gerade gekommen. Da ist auf jeden Fall noch eine Skateschiene. Aber wo ist das Gegenstück, frage ich mich. Hm. Ach so. Ist das Trampolin da, damit ich das hier aktivieren kann? Wahrscheinlich. Warte. Gut anstellen muss man es schon. Nee, das geht nicht. Mann. Wozu ist die Matratze da? Was ist da oben? Ist gar nichts, augenscheinlich. Das kann ja alles irgendwie so nicht sein. Wahrscheinlich bin ich mal wieder viel zu übergründlich. Aber ich will den Ballon einfach aus Prinzip zerstören. Oder muss ich dafür... Warte mal. Es geht schon gut los, wie man sieht. So, hier. Oh Mann, kann ich hier nicht drauf? Kann ich mir nicht vorstellen. Warte. So. Ja, so nicht. Ach. Wie lange habe ich keins mit 2-Kampagnen-Modus mehr gespielt? Ach, da ist eine grundsätzlich wahre Mauer. Ja, das erklärt es. Dann will ich versuchen, das bringt mir auch nichts. Das ist von hier aus. Nee. Das ist alles umsonst. Ich glaube... Ich glaube, ich sammle erst mal meinen Schlüssel auf jeden Fall ein. Ja. Und was bringen wir hier? Diese Laufbänder eigentlich? So, finde ich hier. Und hier. Aha. Ach, die führt da. Ach so. Und hier ist doch ein Schwamm. Also wirklich eine... Da oben ist ein Zupunkt. Schießt auf. Ach so. Ich habe mich auch gewundert, warum hier so viele verschiedene Elemente rumstehen. Einfach wahrscheinlich, um mich... Da an die ganzen Sachen ranzuführen. So, jetzt habe ich ihn jetzt. Zumindest den. Hier ist aber sonst nichts. Okay. Ja. Das ist alles nur Training hier. Nur gut. Hätte ja auch anders sein können. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, jetzt bin ich hier echt durch. Ja. Was soll hier noch groß sein? Gut. Gehen wir zurück. Ah, und hier werde ich wieder entwaffnet. Nee, 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 nee. Stopp. Hey, deine Waffe ist wieder weg. Was ist denn das für ein komisches Gerät? Das frage ich mich auch. Muss ich gestehen. Also mit Waffe kann ich leider hier nicht rumlaufen. So, schließen wir das auf. Das gefällt mir hier nicht. Aber dann müssen wir wohl durch. Mhm. Es wird noch zwielichtiger. Ich meine, ich habe einen Leder-Latex-Anzug. Und von daher passt das alles. Wie Arsch auf einmal. Puh. Zum Glück haben wir einen Weg nach... War zu schnell weg. Pardon. Draußen vielleicht. Aber jetzt sind wir... Einfach irgendwo anders. Wow. Wow. Wo sind wir? Einfach irgendwo anders. Das ist die... Hallo? Hallo? Woher haben sie meine Nummer? Woher wissen sie, dass ich mich hier aufhalte? Ans Telefon gehen. Okay. Man kann sagen, was man will. Es ist einfach klasse. Ich bin einfach nur geflasht. Und ich würde sagen, wir gehen ans Telefon. Anrufer-ID wird geprüft. Anrufer-ID wird geprüft. Okay. Kleines Liedchen. Guten Morgen, Subjekt 1008. Ne, 1008. So. Willkommen im Tiefsee-Hauptbahnhof. Ich leite dich auf deine Reise ins Land der Verheißung. Freut mich, dich zu treffen. Du suchst das Land der Verheißung, richtig? Sonst wärst du wohl kaum hier. Verzeihung, meine Worte scheinen nicht zu verwirren. Lass es mich kurz erklären. Da du hier unten bist, musst du vom Land der Verheißung gehört haben. Ein Garten voller Licht, gefüllt mit allem, wovon Bewohner des Untergrunds träumen. Das klingt nach einem schönen LSD-Trip, aber ja. Und du hast Glück. Du bist hiermit qualifiziert für eine Reise dorthin. Es gab bisher 10.007 teilnehmende Subjekte. Und du bist damit Subjekt 10.008. Das ist die einmalige Gelegenheit, etwas aus deinem Leben zu machen. Also nochmal willkommen im Tiefsee-Hauptbahnhof. Dem Startpunkt deiner Reise. Hier, für dich, dein Seacom und deine Konnichon-Karte. Konnichon? I don't know. Konnichon-Karte. Okay. Und was hat es noch ausgekotzt? Was ist das denn? Du wirst beides brauchen, also verlier sie nicht. Und jetzt steig ein. Okay, okay, ist ja schon gut. Subjekt 10.008, ja? Das ist ganz schön lang. Ich nenne dich einfach Nummer 8. Und das Land der Verheißung soll voller Licht sein. Das klingt wie die Oberfläche. Dann schnell Nummer 8. Nimm dieses neue Gerät und die Karte und dann geht's los. Okay. Wollen wir es aufheben? Fliegen wir in die Luft, wenn wir es aufheben? Egal. Okay. Okay. Da kommt was? Eine Bahn? Hm. Okay, wir sollen doch hier noch was aufheben. Achso, haben wir das schon. Gut. Das Telefon hat uns gesagt, wir sollen da einsteigen. Also steigen wir da ein, würde ich doch mal fast behaupten. Splatoon 2, Octo Expansion. Aha, schicker Ladebildschirm. Ich bin total fertig, Nummer 8. Ich brauche eine Pause. Buch. Was ist das denn? Schaffner Cornichon. Wir freuen uns, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Ich bin heute Ihr Schaffner. Für Sie gerne Schaffner Cornichon. Oh ja, diese Seegurke kann sprechen. Oh, fahren Sie das erste Mal mit uns? Nicht der schnellste, der gute Herr, aber erleuchtet und hat eine Mütze auf. Lassen Sie es mich erklären. Kamabo und Co. betreibt hier ein Untergrund-Testgelände. Es besteht aus einer Reihe an Testkammern, die über die Tiefsee-Bahn verbunden sind. Ah, wie ich sehe, besitzen Sie einen Cicom- oder Cornichon-Kommunikator. Darf ich also annehmen, dass Sie ins Land der Verheißung möchten? Ja, hat mir das Telefon so gesagt. Also ja. Genau, wir wollen nur raus hier. Gut. Das Land der Verheißung ist ein Paradies, das Bewohner der Tiefe nicht betreten dürfen. Sie müssen an jeder Station eine Herausforderung bestehen. Außerdem müssen Sie die vier Dingsbumse finden. Dann ist der Weg frei. Ja, die vier Dingsbumse. Ja. Auf jeden Fall. Wenn wir an die Oberfläche wollen, müssen wir sie Herausforderungen schaffen. Munkelt man. Die erste Herausforderung wartet. Aktivieren Sie mit X in Cicom. Hm. Erstmal umgucken. Das haben wir hier. Magazine. Die Seegurke. Uh. Ich kann über die Seegurke treten. Will ich aber eigentlich nicht. So. Die Seegurke ist nämlich nett. So. Dann aktivieren wir den Cicom. Auf zum Land der Verheißung Tiefsee Hauptbahnhof. Oha. Was zum Koboldei ist das? Die Technik heutzutage. Hier sehen Sie das Streckennetz. Bitte wählen Sie Ihr Ziel aus. Mhm. A00. A05. Mehr kann ich auch nicht wählen. Gebühr. 100. Drei Oktopusse. Okay. Ich hab 1000. Was auch immer. Credits oder so. Und 100 kostet's. Kämpfe dich durch den Wald ans Ziel. Holla die Waldfee. Caspian Forst. Oder Caspian Forst. Okay. Sehr wohl. Nächster Halt. Ihre erste Herausforderung. Alles klärchen. Okay. So weit. So gut. Es soll ein mythisches Land der Verheißung geben. Ein Paradies. Ein Garten Eden. Doch man muss sich erst als würdig erweisen, um dort hingelangen zu dürfen. Wenn Sie eine Station erreichen, erhalten Sie in der Kabine Ihre Bewaffnung. Herausforderungen kosten Cornichon-Punkte. Zum Einstieg erhalten Sie 1000. Die Gebühr zeigt, was hier eine bestimmte Herausforderung an Punkten kostet. Unter Belohnung sehen Sie, was Sie für den Abschluss einer Station erhalten. Wählen Sie nun durch Drückung von A Ihrer Waffe. Ja, viel Auswahl haben wir nicht. Wir können Kleckser und die Klecksbombe nehmen. Als Belohnung bekommen wir 600. Sie finden mich in jeder Station hier am Bahnsteig. Wenn Sie Informationen zu einer Station benötigen, helfe ich Ihnen gerne. Oh, kie do, kie. Da ist die Seekurke. Mit ihr können wir sprechen. Schaffe ich auch nicht. Meistern Sie diesen Test, indem Sie das Ziel ausreichend... Was? In diesem Wald ist sie sich beschränkt. Seien Sie daher besonders vorsichtig. Alles klar. Okay. Das hier ist eine Zugangssperre. Drücken Sie an Ihr A, um die Gebühr zu zahlen und die Herausforderung zu beginnen. Ohne genügend Kornchon-Punkte können Sie allerdings nicht anfangen. Okay, zahlen wir unsere 100. Alles klar. Jetzt haben wir unser Leben bekommen. Kämpfe dich durch den Wald ans Ziel. Räume mit einer Zugangssperre? Was ist hier los? Das frage ich mich allerdings auch. Was genau ist das alles hier? Ein Wald? Aha. Naja. So ganz unter Wasser scheint das ja nicht zu sein. Oktoling. Ziel erfasst. Wissen Oktolinge nicht Freunde von dir sein? Versuch's vielleicht mal mitreden. Ziel eliminieren. Ja, die sind jetzt irgendwie nicht so freundlich gesäuert. und ein bisschen auf Krawall gebürstet, glaube ich. Anscheinend wollen die dir nicht zuhören. Habe ich auch den Verdacht, wo sie es bestehen. Okay. Die sahen aber sehr komisch aus. Ah, der Weg ist frei. Reden bringt ja also nichts. Da muss man Taten walten lassen. So sieht's wohl aus. Aber die sahen ja irgendwie nicht so gesund aus. Oder, ja, die... Hm. Vielleicht sind das Experimente? Künstlich erschaffene Soldaten? Okay, wir haben Rüstung bekommen. Wow. Pünktlich wie immer. Gefunden. Von dir. So. Sammelgegenstände. Wo seid ihr? Gibt es euch? So, ich kann nicht auf die Bäume. Gut zu wissen. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr an als hier nur meinen Lederanzug. Immerhin ein Astronautenhelm. Sehr schön. Da hängt auch eine Infusion drin. Haben wir hier noch was Schönes? Es sieht echt nicht so aus. So. Auf geht's. Checkpoint. Ziel bestätigen und eliminieren. Noch mehr von denen. Zwei weitere Gegner gesichtet. Oh, und die haben... Schnapp sie die, bevor sie dich schnappen. Ist der Plan. Und die sind ausgestattet mit Waffen. Aha. Da hat jemand einen Pluviator und die hatte einen Roller gehabt. Ach du meine Herren hier. Es geht auf jeden Fall wieder gut zur Sache, glaube ich. Mist, 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 Mist. Hallo? Mist. Komm her. Da ist sie. Okay. Alles klar. Sie wirken irgendwie seelenlos. Hast du keine Ahnung, was hier passiert? Ach, das klären wir später. Jetzt geht es erstmal weiter. Also ich muss sagen, die wirken ziemlich seelenlos. Hm. Okay. So weit, so gut. Diese Fässer, die sind so dick oder da. Okay. Hm. Haben wir was übersehen? Eigentlich nicht. Da oben vielleicht? Oder da oben? So. Sieht aber nicht so aus. Aber wir gucken zur Sicherheit trotzdem. Nee. Hier ist nix. Okay. Alles klärchen. Weiter geht's. Letzter Checkpoint. Mhm. Gut. Wir bekommen nochmal Rüstung. Es wird also nochmal heiß, 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 denke ich. Und sogar Spezialwaffenaufladung haben wir bekommen. Komm. So. Ich denke, ja. Ziel bestätigen und eliminieren. Hallo. Oh. Die ist ziemlich auf Krawall gegrüßt. Merke ich gerade. Ach so meine Güte. Oh. Irgendwie hast du es geschafft. Irgendwie. Mit Ach und Kach. Das Tor ist offen. Da geht's raus. Okay. Das sieht auch interessant aus. Moment. Moment. Hm. Aber noch haben wir ja auch gar keinen Slot für Sammelgegenstände. Ne? Ich dachte, den kriegen wir halt, wenn wir das erste Mal einen sehen. Was ist das? Kann ich damit? Nö. Okay. Da nicht. Gut. Gehen wir ins Ziel. Oktarianer gegen Oktarianer. Was für eine Welt. Da kann ich mir zustimmen. Ah. Ich muss natürlich wieder gegen schießen. Ah. Und dann baut sich das zusammen. Ah. Okay. Dann ist es so ein Teil. Und das rammt sich dann da rein. Geschafft. Holla die Waldfee. Caspian Force. Kämpfe dich durch den Wald ans Ziel. Okay. Was war das eben, Philipp? Hä? Okay. Mein Glückwunsch. Ihre erste Herausforderung wäre geschafft. Was wir am Ende erhalten haben, ist ein Kamabo-Souvenir. Für die Souvenirs wird der Inhalt ihres Herzens in physische Form gepresst. Was? Wird der Inhalt ihres Herzens in physische Form gepresst. Kamabo und Kope gibt sie als Erinnerung an gemeisterte Herausforderungen. Mit L und R können sie auf ihrem Zielkommen ihre Sammlung auswählen. Es sind neue Stationen verfügbar, an denen ihre Fähigkeiten geprüft werden. Sie können zu jeder mit, ja Punkt, markierten Station reisen. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Hm? Hallo? Hallo? Ist das Ding an? Ah, ich glaube, ich habe eine Verbindung. Nummer 3. Bitte kommen. Over. Hey! Was bist du für einer? Bitte was? Was ist das für eine Trulla? Perla? Hab doch etwas Respekt vor dem Alten, äh, Alter. Wo ist Nummer 3? Wer spricht da? Sag mir euren Namen. Äh, ich habe zuerst gefragt, aber egal. Ich bin Perla, aber nenne mich MC Princess. Was? Jetzt kommen noch kleine Spitznamen ins Spiel hier, oder was? Okay. Ich bin süß und klein. Kommst du nun mit um, werde ich gemein. Oh nein, sie fängt an zu rappen hier halt. Tentacool ist da, drum sei auf der Hut. Dein Revier geht sonst unter in Tintenflut. Oha, sieh mal einer an. Du willst ein Rap-Battle, was? Das schneide ich mal an, du junges Gemüse. Käpt'n Kuddelfisch hier, haut die Reime raus. So spritzig und hart, dass ich es fast nicht mehr lesen kann, weil es zu schnell weg ist. Ist ja gut, ihr zwei, jetzt reicht es mal. Käpt'n Kuddelfisch, ja? Wir haben hier ein Gerät gefunden und ihre Nachricht gehört. Wir sind gerade auf dem Berg Krakus. Wo sind sie? Der Krakus. Der ist doch beim Okto-Distrikt. Nummer 8, ja und ich waren dort. Aber jemand hat uns tief in den Untergrund gebracht. Also wissen sie und diese Nummer 8 nicht, wo sie sich gerade befinden? Tut mir leid. Aber keine Angst. Marina und ich, auch bekannt als DJ M-R-I-N-A oder Rina, DJ M-Rina, ach DJ M-Rina, verstehe. Steht ihnen zur Seite. Ich werde die Umgebung analysieren, das hilft ihnen hoffentlich weiter. Ich verstehe zwar nicht, was los ist, aber entspannt euch, wir kriegen das schon hin. Und na gut, jemand der rappt, kann ich mein Feind sein. Danke für die Hilfe. Wir müssen Herausforderungen bestehen, die uns ins Land der Verheißung führen. Und mit wir meine ich dich Nummer 8. Auf geht's. Ja, ich darf's richten, ich weiß. Das kenne ich mittlerweile schon. Okay, ihr Lieben. So weit, so gut. Es ist einiges auf uns eingeprasselt. Einiges ist immer noch nicht geklärt. Zum Beispiel, wer wir genau sind. Und vor allem... Oh Gott. Bei dem krachen die Knochen ganz schön. Und ja, was mich, wie gesagt, irritiert hat, war, dass wir aufgewacht sind in so einem... Ja... Zuchtbecken irgendwie so, ne? Hm. Aber wir scheinen schon länger zu existieren. Oder auch nicht? Hm. Das war's allerdings vom ersten Part. Ich bin wirklich absolut begeistert und gespannt, was uns alles erwarten wird. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss.